schön aber die haben wir auch nicht komplett die sache ist die wir werden wahrscheinlich keine richtig wir werden nicht so wirklich kometen bekommen halt wobei da schon wieder der nächste warum auch immer hätte ich wusste gar nicht dass man so gut dass man schon so früh kometen bekommen das ist mir eigentlich neu nein wir sind ja nicht mal mit jetzt mit der zweiten kuppel durch ich glaube es gab fünf koppeln kann das sein muss ja jetzt kein geheimnis sein wie viele koppeln es gibt selbst ja auch nicht so dass wichtig ich meine ich habe es ist eigentlich es gibt 120 sterne kann man sich auch ausrechnen in so einem in seiner gruppe gibt es vier level mit drei sternen ja kann man sich ja dann ausrechnen ja gut werden die kometen ich weiß aber ja ich meine es ist jetzt nicht so dass krasse ja ich sage es einfach so ich meine spiel ist auch schon so alt da muss man das sowieso schon wissen wer das nicht weiß hat selber schuld so ganz einfach dazu habt ihr das gesehen habt ihr das einfach gesehen er er da einfach kein bock mehr anscheinend so der bewegt sich auch noch den holen wir aber ganz easy und dann sind wir auch schon fast mittig ja ich weiß gar nicht mehr wie lange das level war aber wir haben auch noch hier drei minuten glaubt zeitangriff war nicht immer so knapp erwartet das war genau das war das level wo wir gleich noch wo wir gleich noch das andere holen müssen hier die fünf silbernen sterne damit man den anderen kriegt oder das war doch das level ich glaube schon er aber zeitangriff war glaube ich nicht das schwerste so schwerste ist denn so hier mit einem leben bosse besiegen und so das kann mal schwer werden ja aber sonst ich weiß nicht so er war glaube ich nicht so schwer ich glaube da komme ich so nicht ran oder ich frage mich warum er das irgendwie nicht so oft macht ja dann befreien wir halt alle mein gott ja wahrscheinlich greift der jene an oder was weil hier ist die zeit weiter gelaufen ausgerastet die zeit hat darauf zu hören wenn ich mich bewegen kann nicht dass es noch knapp wird weil ich glaube halt nicht ja genau das ist das wo wir die fünf silbernen sterne in der blase holen müssen schlimm wird zeit wenn ich runter falle oder sollte denke ich mal nicht passieren wo ist das ich bin so schlecht man hey aber wo warten die plattform muss da doch sein ich muss von ganz vorne ich dachte wir müssen von irgendwo checkpoint mäßig und die zeit läuft einfach von da weiter wie sie war oder war das im zweiten teil erst so das weiß ich jetzt nicht gab es im zweiten teil überhaupt zeitangriff so genau kenne ich den zweiten teil ich habe den nie durchspielt habe ich doch schon erwähnt oder auf jeden fall habe ich nie durchspielt den hier ja aber den anderen nö aber das wird jetzt wenn ich den durch habe wird halt der zweite auch gleich was heißt gleich aber er wird danach auch kommen wieso nicht und dann hoffen wir dass für die switch auch ein galaxy 3 kommt dann kann ich da gleich weitermachen wobei wenn es nicht release kommt ist auch egal halt auch egal dann kann er sich bitte daran festhalten und dann rüber hier kannst du bitte ach man ist das schlecht ich will eigentlich drauf springen ich will eigentlich nur drauf springen damit ich halt wobei das war eine münze ich wollte halt volles leben haben und dass diese cutscene kommt die cutscene muss halt echt nicht kommen aber gut dann schauen wir mal wo ist jetzt hier die scheiße muss doch irgendwie nach nichts kommen oder was das war erst hier ernsthaft verdammt Gut, ich will jetzt eigentlich keinen riskanten Sprung einfach hier nach da machen, wobei ich könnte. Aber ich wollte eigentlich nichts wirklich. Aber damit haben wir es eigentlich geschafft. Ich könnte jetzt theoretisch wieder so schräg rüber springen, habe ich ja letztes Mal auch gemacht. Da das klappt, kann ich es jetzt auch machen. Und dann können wir einsammeln und haben den nächsten Kometen. Das freut mich auf jeden Fall. Oh, ja. Gut, keinen nächsten Kometen, aber dass wir den noch nicht haben, warum haben wir das noch nicht? Warum haben wir die Galaxie noch nicht? Das ist so die Frage. Klebe-Kokons und Königsspinne. Oh, ich weiß, welches Level das ist. Das ist, glaube ich... Ich weiß es nicht genau, aber es müsste... Das müsste eigentlich das mit dem Boss sein, oder? Wieso ist es der gleiche Anfang? Ah, gut, hier jetzt anders weiter, halte ich fest. Oha, wie viel willst du haben? 50. Wie soll ich bis hierhin schon 50 haben? Ich würde aber sagen, das machen wir einfach nicht. Ja, wir machen es halt gleich, ne? Wir machen es danach halt. Warum nicht? Jetzt muss ich mal gucken. Wahrscheinlich, oder? Ich muss wahrscheinlich eh hier rein. Und ein paar Sam... Ja, wobei, wir gehen jetzt einfach... Ist ja egal, jetzt. Mann, ey. Oder komme ich da nochmal gleich zurück? Ich glaube nicht, oder? Die sind auch cool. Äh, ich weiß bloß... Achso, wir müssen ihn schießen. Ach, komm, geh. Egal. Du bist zwar der arme, aber... Kann ich jetzt auch nichts machen? Kann er bitte? Hallo? Geh mal ganz sneaky an allen vorbei, einfach. Hier ist tatsächlich schon Levelende. Okay. Und ich habe jetzt aber... Ja, gut, ich habe jetzt 31. Nein. Oh, ich... Weißt du, denn weiche ich richtig cool aus, indem ich mich da wegziehe. Ja, und dann... Äh... Hau ich mich noch rein. Wieso spackt die Femini-Lung da rum? Ich weiß es nicht. Ach, ich muss... Achso, ich muss nicht gegen die grünen Teile machen, sondern einfach nur... Einfach nur gegen die Spinne, oder was? Und dann muss ich die roten Teile machen. Achso. Ja, moin. So, tack. Okay. 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 kommt den auch noch wo ist der da ne nein hat die sich die städte spinne scheiße nein 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 ach man als off oh mann und dann schießen wir uns noch mal zum stern rein rüber oben jetzt aber dann war da da haben ja mal wieder normalen gemacht auch nicht schlecht ich habe eine neue galaxie okay das wird wobei es wird wahrscheinlich dass bauser junior oder bau sagen doch das ne wir haben beide schon frei bambam an galaxie aber ich erinnere mich auch an diese galaxie renn und musizier das war doch einfach nur diesen genau den man da drauf gesehen hat und da kommen gleich noten und wir müssen sie alle einsammeln und diese gehen einfach weg die verschwinden also man drauf geht das ist halt das schwere daran da kommen gleich noten und wir müssen alle noten einsammeln mal schauen ob ich das schaffe ich hoffe was das wie sie war das denn ich dachte jetzt voll schwer aller auf jedem block ist so eine note aber nicht mal ja dann ich dachte jetzt voll schwer hier nummer 19 galaxie komplett wir sprechen immer noch nicht besprechen gleich bei 20 am ab hiermit bedanke ich mich für schauen des super mario galaxy parts ich hoffe er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dann und ciao